Ich lerne jeden Tag mindestens fünf Sätze und die passenden Fragen oder Antworten auf Deutsch. 13. Ich habe versucht, mit dem Rauchen aufzuhören. Wirklich? Seit wann? Seit einer Woche. Ich habe versucht, mit dem Rauchen aufzuhören. Wirklich? Seit wann? Seit einer Woche. Ich habe versucht, mit dem Rauchen aufzuhören. Wirklich? Seit wann? Seit einer Woche. Wer möchte den Unfall aufklären? Die Polizei möchte den Unfall aufklären. Wer möchte den Unfall aufklären? Wer möchte den Unfall aufklären? Die Polizei möchte den Unfall aufklären. Ist die Tür zu? Nein, die Tür ist auf. Ist die Tür zu? Nein, die Tür ist auf. Mein Freund will sein Deutsch aufbessern. Warum will dein Freund sein Deutsch aufbessern? Er will bessere Jobs chancen. Mein Freund will sein Deutsch aufbessern. Warum will dein Freund sein Deutsch aufbessern? Er will bessere Jobs chancen. Mein Freund will sein Deutsch aufbessern. Warum will dein Freund sein Deutsch aufbessern? Er will bessere Jobs chancen. Um wie viel Uhr musst du früh am Morgen aufstehen? Um wie viel Uhr musst du früh am Morgen aufstehen? Ich muss um 6 Uhr aufstehen. Um wie viel Uhr musst du früh am Morgen aufstehen? Ich muss um 6 Uhr aufstehen. Du bist ein Jungs. Untertitelung des ZDF, 2020